Hallo zusammen, mein Name ist Jessi und ich freue mich, dass ihr auch heute, da er so weit von der Sonne entfernt, nein, nicht von der Sonne, von uns, auf den ersten Blick ist Uranus so gar nicht. Entdeckte Wilhelm Herschel erst 1781, es war richtig, es dauerte dann weitere sechs Jahre, bis ebenfalls Herschel, er rollt auf seinem Äquator um die Sonne, weil seine, Max, nochmal, Wie ihr wisst, bewegen sich Planeten auf ihrer jeweiligen Umlaufbahn um 98 Grad gekippt ist. Jetzt geht's eigentlich weiter. Wie ihr wisst, da Uranus auf seinem Äquator, dann würde er sich ja nicht, namenstechnisch nicht, Halt, oh, das Bohnenpostschild. Mein Nachbar spielt übrigens Schlagzeug, ich hoffe, das hört man nicht. Super, mein Handy erinnert mich gerade daran, dass ich Video drehen wollte. Wir sind da, wir sind da, wir sind da. 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 Wir sind da.